Jetzt ist sie da, die neue Babyborn Soft Touch. Sie trinkt, weint und macht ganz einfach Pippi ins Töpfchen. Der Junge weint auch. Bist du ruhig? Ganz toll. Babyborn hat jetzt einen weichen Körper und baden kann sie auch. Die neue Babyborn Soft Touch. Mit weichem Körper, viel beweglicher und so süß. Nur von Zapfkreation.